Und willkommen zurück hier bei Faktorio. So, das war jetzt das Problem. Kupfer und Zinn. Was warst du? Blei. Blei werden wir früher holen. Und zwar gucken wir, das war hier dann raufkommen. Genau. So, dass wir da unten genügend Platz haben. So, du drehst dich und dann schließen wir das da oben gleich an. Hätte ich gleich machen können. Hier fehlt nichts. Ja, die anderen Sachen, wie schon erwähnt, das müssen wir dann halt mal gucken. So, 3 plus 1. Hier rauf. Na, hier hin. Dann läuft das bald wieder, Gott sei Dank. Schmeißt die doch nicht dauernd weg. Ich hab so viel von den Dingern da über, ey. Das ist ja abartig. So. Ähm. Ach so, jetzt komm ich hier mit dem Kupferband. Prr. Nee. Ich komm hier nicht mit dem Kupferband in den Bredouille. Ähm. Äh. Ich komm andersweitig in Bredouille, weil hier, äh. Äh. Das Kupfer hin muss. Das heißt, ich muss mich da oben gerade mal hinstellen und die Bleiplatten da raus sammeln. Respektive sind wir mal einfacher. Du bist ein Fuchzicker. Kein Problem. Können wir da wieder hin machen. Genau. Blei ist nämlich hier vorne gewesen. Weg. Das war eins zu viel. Hier weg. Hier rauf. Hier hin. Hier hin. Hier hin. So. Dann. Läuft das wieder. Genau. Das in der Mitte war weg. Ähm. Und hier war Zinn. Zinn kriege ich nicht weiter weg. Das heißt. Hier müssen wir so dann wieder arbeiten, dass da eine kleinere Lücke ist. Hier noch eins zurück. Hier noch eins zurück. Hier gerade. So wird ein Schuh draus. Hä? Irgendwie habe ich gerade wirklich so ein... Äh. Ich bin schon richtig. Na, geht da mal weg. Das ist da. Das ist da. Das passt. Okay. Das heißt. Du musst weg, weil... eben Kunststoffstangen darauf müssen. Müssen. Lass... Lass gerade mal gucken. Wo war jetzt das Problem? Das war eine Flüssigkeit und ein... Erz, oder? Das könnte ich ja so nachgucken. Ich bin jetzt gerade mal überlegen. Aber Calciumchlorid und Carbon. Also Carbon würde ich ja gerne da machen. Wir lassen das. Also wir lassen das mit den Siliziumplatten dort hinten. Ähm. Das System gefällt mir eigentlich gut. Das lassen wir. Das lassen wir. Das wäre jetzt Spaß. Ich brauche hier einfach wieder ein Band und dann... Im eigentlichen Sinne Kohle. Die ich jetzt hier sehr, sehr, sehr schlecht abzwacken kann. Das heißt... Wir werden... 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 ...wahnsinnig einfach arbeiten können. Ähm... Ähm... So... Ja, das ist jetzt einfach wieder diese Schwierigkeit. Äh... Ich will jetzt hier diese... Bleidinger da machen, ne? Diese Lötplatten. Die werden hier benötigt. Äh... Wir sind unterirdisch... 14 da. Ja... Das sieht man da so blöd. Ich kann ja den Teiler weiter oben ansetzen. Ne? Hier jeweils. Ich komme aber da dann wieder schlecht aufs Band. Hier komme ich auch nicht darüber. Wenn ich... Hier mache... Da komme ich aber auch echt schlecht da drauf. Müsste ich so... Und so... Da... 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 Dann wird das hier halt eben so ein bisschen... Das... Sieht aber kacke aus, oder? Hm... Ich würde es vorerst mal so lassen. Macht dann hier wieder... Die Sachen... Jetzt müssen wir uns Strompuls holen gerade mal. und in der zwischenzeit die fabriken bauen habe ich jetzt eigentlich schon solche speziellen öfen gebaut brauche ich noch weiße platten ok oder weiße chips kein thema okay dann müsste ich halt mal gucken ob ich weiße platten weiße platten ich wollte gerade sagen jetzt würde ich mich an dem ofen nachgucken ob ich da überhaupt das machen kann was ich will was falsches drauf kommt vor sollte nicht mal hier bauen wir mal gerade einen macht schon mal rohr das ist gut wir brauchen ja wasser für carbon und hauptsache irgendwo anders raus ja ja jetzt krieg hier irgendwie diesen blöden frosch nicht aus dem hals okay aber es funktioniert ich kann carbon machen das ist es wichtig und hier vielleicht doch ein abstand lassen dass wir hier mit ärmchen reinkommt macht man die normalen das ist kein thema dahin können wir nicht nebendran gleich carbon machen da alles sonst gewohnt schmeißen nicht da wo man es gleich brauchen würde ich das zu benutzen kann ich das nicht was falsches bauen das ist schön hier hin dann die löt platten bitte dann 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 denn denn es gibt doch noch eine andere ofenform ich wusste es okay aber die passen zumindest ist es nicht also ich wollte gerade sagen aber das waren die eingänge davon jetzt bin ich total hier drin geht es nicht das heißt hier drin sind doch noch mal irgendwo höfen versteckt elektrolyse ist es nicht es ist die gute das wasserbohren ich war zumindest ist jetzt bei der meinung ist es halt chemisch das sind nur die hier da kriege ich nur die erweiterten elektrolyse ist okay manchemischen kriege ich nur die besseren chemie fabriken aber wo waren jetzt die anderen das müsst ihr mittel weiterverarbeitung sein mit 0 da bräuchte ich schon die dinger hier das ist echt blöde das für metallverarbeitung 2 genau okay okay dann dann okay wenn ich die schon erforschen kann perfekt das heißt ich kann die schon mal wegschmeißen mach die dinger weg so wie ich habe da oben noch genügend material dass das zu ende geforscht werden kann das wäre ja nicht schlecht dann würde ich sagen auf der seite kap einfach dass wir da hinten dran eine line kohle haben jetzt mindestens mal das kohle problem weg genau weil kohle 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 brauche ich dann nur dafür das ist in ordnung jetzt chemie fabriken die braucht nur ein abstand mehr die frage ist jetzt die brauche ich brauche ich vier stück ich glaube nicht so geht nicht dann machen wir sie tatsächlich einmal so und einmal so führen das ganze hier ein und hier ein das heißt hier übrigens raus nicht rein und im fall eines falles könnte man da noch eine dritte rein man aber zweimal plastik sollte lang ich bin noch gedanklich richtig ne auf alle fälle machen wir so und so können wir hier unterirdisch raus und kommen dann da vorne rein irgendwo wo wir halt hin müssen oder wir gehen von hier raus das ist ja auch egal wir haben hier die kohle was bist du eigentlich für einer du bist stahl du kannst mal weg das heißt einmal hier runter hier hin hier hin das muss noch das war jetzt zu viel das gute stahl müssen wir mal schau ich eins nach dem anderen eins nach dem anderen schein es langt man das doch nicht ein blauen was fehlten gehen kann ich das den händisch geben grüne knicker grüne knicker was fehlt schnelle schnelle knicker was fehlt euch da die grundlegenden komponenten und die grundlegenden komponenten müssten doch alles ich würde sagen nein ihr braucht kein carbon okay dann läuft das dann läuft das ja ich habe ich nur so für die forschung gebraucht okay ja dann dann geht es ja doch noch so das heißt hier unten brauchen war ein paar von den roten verdingern da noch 5 stück ich muss ja auch dran denken da muss irgendwie mit wasser rein mach mal lang mal zwei das könnte ja eigentlich lösen eher wie dort oben nee weil da komme ich raus okay das ist ja kein thema wobei ich mir jetzt gerade die frage stelle warum ich das nicht da oben schon gemacht habe wie dieser verletzt verletzt so kopieren nur einfügen das einfach mal gucken wie ich das händeln könnte mit rohre müsste ich jetzt holen aber das würde gehen rein theoretisch könnte ich das ja einmal so machen mach dann hier oben einfach so den knick hin ich hab doch noch genügend rohre und hier einmal ne und hier kommen wir runter nur hier würde es ebenso klappen aber ich glaub zweimal zweimal kunststoff das lang vollkommen aus also wer bräuchte ich da wirklich nicht ne da bräuchte ich in der tat nur noch ne ne safing Wasser und Kalk mhm Kohle und komm dann hier raus super ich glaub die forschung wird nix mehr machen wir lieber gleich kennt es ja die Strommel komm her Entschuldigung aber irgendwie will der mich gerade ärgern da 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 ok ähm Kunststoff war ich hier dann können wir ja das zumindest schon mal anschließen das muss haben soo hier sind die Lötplatten die waren wo jetzt wird's schwierig die waren hier ok das heißt ich muss da hinkommen äh ja das ist ein kleines Kauder ein kleiner Kauderwelsch nicht groß nee Gott sei dank ach das macht aber doch eigentlich ja das von Faktorio aus oder mhm ne ihr gehört übrigens nicht dahin sehe ich gerade die Fabrik gehört hier hin den der hier wieder weg machen ansonsten rafft er es nicht so zack zack genau die können nämlich hier hin soo sie das doch ein kl ja doch doch da 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 ne genau dann passt das gut hätte ich halt lange hin machen müssen aber warum umständlich wenn es auch einfacher geht ja dann machen wir es aber doch unter dem Rohr entlang das wollte ich eigentlich verhindern aber sieht einfach besser aus mein gott wenn es jetzt nicht gleich besser wird muss ich nur aufhören wie gern machen wir ungern ähm so rum warte mal so macht geht das etwas schneller ok Metallverarbeitung geht nach oben ok dann ist da ja schon mal kein Stress so ähm Carbon muss also hier sind diese Silizium Waffeln inklusive Kunststoff und Kunststoff kriegst du nicht weil ich es noch nicht mache so einfach ist es ähm Band ist angeschlossen genau Carbon wo waren Carbon hier drüben gell genau deswegen war hier der Anschluss und rein theoretisch ist das sogar gar kein Problem weil ich hier einmal so fahren kann ah herrlich warum nicht immer so einfach ok ähm Wasser und Petroleum Tja äh Wasser und Petroleum Wasser und ähm doch dieses blöde Zeug was ich gerade irgendwie nicht aussprechen will oder kann oder tu oder werde so das könnte man bis dahin einmal na das werden nochmal das ist weitaus mehr als 50 Wälder hallo ich hab doch da vorhin schon den Robo-Port gehabt und gesehen dass es nicht geht wobei ich kann ja hier zwischendrin ja auch immer anhalten ne ok so und dann wollte ich im Prinzip hier hin die mitnehmen Wasser könnte ich mir aber auch vor Ort herstellen so mein Gott wie lange das jetzt gedauert hatte ähm mach mir bitte noch eins davon weil da hinten habe ich gerade noch gesehen das ist ein Lagerhaus ich weiß vielleicht brauche ich so viele gar nicht aber mein Gott geht äh äh rein theoretisch könnten wir das dann tatsächlich so machen so man kann ah ne 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 ich glaube ich komme da oben mit dem Motor nicht rein mhm dachte ich es mir dann bitte doch hier unten hin mach die Pumpe so hin ihm den Motor kriegen wir jetzt rrrrrrr Kinder so dann hätten wir das zumindest dann sollte Carbonاج laufen wie blöde Wasser kommt hinterher Wasser kommt hin hinterher ah ja Ja, also die Dinger hier sind recht schnell. Ich wollte gerade... Wollte gerade sagen... So, kann das jetzt sein, dass ich hier die falschen Knicker innehabe? Ah, ne, passt schon. Haben wir noch ein paar... Ja, super. Dann darfst du hier noch aufs nahe Ende was legen. Dann haben wir das schon mal doppelt. Dann ist das ja alles ganz gut. Carbon läuft. Also die Forschung sollte jetzt auf jeden Fall fertig werden. Okay. Petroleum. Petroleum. Jetzt kann ich es auf einmal aussprechen, ne? Und Salzsäure, was wir dann auch nochmal wieder anschließen. Ist nie falsch, oh. Ist nie falsch, oh. Irgendwie... Äh? Okay. Ich war jetzt gerade der... 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 Wann bin ich das nicht? Äh, so weit komme ich nicht. Okay, kein Problem. Äh... So und so. Und hier... Einmal ein gerades Stück. Hier ein gerades Stück. Hier ein gerades Stück. Hier ein gerades Stück. Und dann lassen wir die nämlich einigermaßen, ähm... Halt, stopp. Ich hab schon wieder die Falschen genommen. Hier. Achso. Achso. So ist es blöd. Halt, den... Den brauche ich an der... Stelle. Das heißt, ich müsste hier den Knick machen. Dann wird das aber am Ende leider nicht mehr so schön passen, wie gehofft. Aber das ist jetzt dann weniger tragisch. So. Rein theoretisch... Ich hab Petroleum und Schwefelsäure. Und Fairxolution. Also das da. Was sind Seiten ihr für Rohre? Fuchziger. Fuchziger. Machen wir mal gerade so. Ach, bei den Geraden wird mir das nicht angezeigt. Aber wie? Das ist ein Untergrundding. Okay, dann brauchen wir halt doch mal drei Rohrleser. Was soll's? Jetzt weiß ich zumindestens, warum die da drinnen sind. Um mich zu ärgern. Kann ich nicht bauen. Okay, ist nicht schlimm. Ähm... Dann brauchen wir einmal einen Dreißiger. Sobald jetzt dann der Knick kommt, dann wird mir das wieder angezeigt. Ne? Das ist dann irgendwie lustig. Äh, 50 hab ich genommen. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit den Rohren machen. Ich will das sagen. So, und bei der Schwefelsäure komm ich... Ah, ich hab hier zwischendrin schon mal was abgerissen. Ah... Das ist dann hier oben genauso. Okay. Ja, dann hab ich doch das da. Das ist doch super. So, so, so. Weil hier die Rohre... Das wird doch ein bisschen schwierig. Ich... Ich... Ich werd' wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen, die hier unten anzumachen. Jetzt lassen wir so erstmal da. Die kann ich immer noch nach unten verlegen. So. Hab ich hier irgendwo Petroleum? Ich suche, ich suche, ich suche. Und darum wird da nichts angezeigt, weil da nix drin ist. Jetzt hab ich dem Spiel schon wieder Unrecht getan. Mensch. Böser Karbo. Äh, Petroleum ist da. Das heißt, da oben kommt einfach nochmal ne längere Ecke hin. Aber da komm ich nicht hin. Dann machen wir so. Das ist jetzt etwas krass. Ja. Bei den Rohren, das... Das muss auch ordentlich mal dann durchdacht werden. So. Petroleum schwebt... So, war alles eingeschlossen. Es müsste laufen, ne? Ja, voll, voll. Okay, sehr schön. Ist da viel Stein drin? 2800. Ja, das bringe ich in die Tasche rein. Dann können wir das nämlich hier reinschmeißen. So. Lagerhäuser. Okay, dann hätten wir das zumindest jetzt schon mal geschafft, vorerst. Warte, unten wird kein Quarz mehr abgebaut. Das ist jetzt nicht tragisch. Vor allem... Ich hab ja hier noch... Na? Was ist jetzt passiert? Scrollt? Versehentlich. Ne, Brand ist noch da. Aufnahme läuft auch noch. Das wär's jetzt gewesen. So, okay. Äh, Silizium-Waffe müsste ich das nächste Mal wiederholen, um da reinzupacken. Und hier läuft's, oder? Überall ist was drauf. Alle Arbeiten. Türen, also zumindestens immer so. Ach, halt, da ist es, da. Da, da. Wollte grad sagen, ähm, hier fehlt doch noch was. Und das Band ist leer, aber das ist ja hiervon. Du arbeitest nicht. Warum nicht? Weil genau die Dinger noch fehlen. Stimmt, das ist ja jetzt grad erst fällig geworden. So. Ähm, das heißt, Genau, dann machen wir jetzt einen elektrischen Mischofen. Dann machen wir mal fünf Stück. Sollte ja dann lang. Und mal Platz. Oh, Gott sei Dank. Dann endlich geschafft. Also, das machen wir noch. Wird wieder ein bisschen länger. Aber das ist man ja schon gewohnt bei mir, ne? So, darfst rein? Du darfst. Äh. Neun, eins, eins, vier, sieben. Dadurch, dass der hier nur zwei braucht, würde ich sagen, wir bleiben bei dem. Dann machen wir elf. Dann machen wir auch elf. Ne, sieben. Er braucht sieben Zeiteinheiten. Macht mir elf Mal die Dinger da. Also gut. Was will ich mehr? So. Ne? So gut, wir müssen den jetzt da hinten killen. Wobei, wir müssen jetzt gleich elf auftauchen. Okay, passt. Ah. Schön, 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 schön. Dann läuft das zumindest wieder. Dann hoffe ich, dass sich der Umbau lohnt. Stahl muss noch nach oben. Das ist jetzt wirklich das allerletzte. Nun hätten wir wieder den Stand, den wir brauchen. Äh. Konnte ich mit dem Stahl eins rüber? Kann ich. Ja, das geht sogar ganz gut. Pass mal auf. Wir machen den Stahl sogar hier. So, bitte. Ähm. Hm. Arrg. Okay, das Wasser kommt dann woanders hin. Das ist, äh, zzzzzzzz. Ähm. Auf der anderen Seite stelle ich gerade fest, ich habe hier ja gar keinen Stahl. Will ich Stahl in ein so großes Ding packen? Ich glaube ja eher nicht. Das würde bedeuten, wir machen Stahl hier hin. Nicht-Bogen-Ofen. So. Okay. Dann nach haben wir es halt eben. So. Das ist ein offentlicher Rattenschwanze. Hm. Und, ja, ich glaube, das dürfte sogar so um einiges effizienter sein dann, ne? So, Nassband bitte. Und, äh, ja, Speicher. Bleibt dabei ruhig. Das ist immer eine gute Idee. Ähm. Und, äh, hierhin. So. Ne? Eisen ist da. Perfekt. Das wär's jetzt. Yay. Du weg. Du weg. Du weg. Das wird halt für spätere Produkte ein echt langer Weg. Beziehungsweise Holz. Weiß ich gar nicht, ob ich das noch brauche. Das ist dann halt so die Frage, ob ich dann sag, okay, ab hier hör dann halt eben das Holzband auf oder so. Das ist das, was ich noch nicht weiß. Auf der anderen Seite bin ich halt am überlegen, ob wir nicht diese Bänder dann halt hier unten rumlaufen lassen. Und da unten kommen dann eben so diese halb automatisierte, halb Drohnen, halb, ähm, Zuggeschichte hin. So. Die ich in meinem Kopf hab. Versucht bitte nicht in meinen Kopf einzudringen. Die Bilder, die ihr dort sehen werdet, werden euch extremstens verstören. Glaubt es mir. Das kann kein Psychiater jemals widerrichten. So. Äh, hier rauf und... Ach ja, das waren ja diese 500.000 Kilometer. Bandgeschichte. Ach super, da komm ich ja sogar so rein. Mensch, ist das nicht schön? Das heißt, ich kann jetzt hier das Band abholen. Perfekt. Okay, dann, 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 dann bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass das Ganze so weit funktioniert. Stimmt, bei den Batterien hab ich das auch so gemacht. Gut, das könnte man sich jetzt dann wirklich überlegen, ob ich das da nicht ähnlich aufbaue wie da unten. Ich denke mal zwei... Na gut, Batterien gehen langsam, aber schnellere Chemiefabriken und später mit Modulen wird das hier ordentlich rennen. Könnte man dann also so auch nochmal umändern. Ähm, das da unten ebenfalls. Also, pfff, könnte man dann so machen wie hier. Wupp. Bei... Davon werde ich halt schon immer viel brauchen, ne? Das lasse ich so. Ich will jetzt keinen weiteren Umbau mehr machen. Ich hab jetzt eigentlich genau das, was ich haben wollte. Einfach hier, ähm... Das war eigentlich so das größte Problem, was ich hatte. Muss ich sagen, dass ich hier kein gescheites Lagersystem hatte. Das, das war halt wirklich der Denkfehler. Deswegen ja auch dieser ganze Umbau. Dann kann man entweder, ah, hier unten den Zug halten lassen, ja? Was ich hier mit unterirdischen durchlaufen lassen habe. Ich hab nicht eine genaue Anordnung. Dann weiß ich halt, okay, der Zug muss dann so und so anhalten. Äh... Je nachdem, wie schnell halt rein und raus muss, muss ich die Zeit mit den Knickarmroboten dann eben abpassen. Und von oben rein dann halt eben den Schmelzbereich. Das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen im Weg ist, sind hier diese Rohre. Aber die werden wir vielleicht wirklich hier unten entlang machen. Dass wir dann hier unten das Band eben, eins, zwei, drei... Ah, fünf, sechs Felder auf alle Felder noch nach oben gehen. Und dann kommt erst der Schmelzbereich. So einfach wird's dann laufen. Und dann schauen wir mal, wie wir den aufbauen, dass wir hier die ganzen Sachen bekommen. Ja, vor allem die Holzfarm muss ja wieder hin. Könnte man dann da hinten irgendwo machen und dann... Gut, dass da oben fällt ja eh weg und es sollte nichts im Weg sein. Ja, das ist immer wieder das ganz große Problem. Es sollte eigentlich nichts im Weg sein. Und hinterher ist es dann doch. Und das da wird doch lustig. Ja, stimmt. Ja gut, ich muss von unten anfangen. Ich muss halt von unten anfangen. Dass ihr hier unten die Öfen hinmacht. 10. Vielleicht das 20. Das wird dann eher in die Länge gehen. Dann können wir ja mal gucken, wie wir da von der Breite her am besten hinkommen. Aber das soll's dann auch schon für heute gewesen sein. Nach Ewigkeiten. Ich bedanke mich recht herzlich, Susszuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Baba. Baba.